Steno plus Skizze. Dies ist ein Versuch beides auf einer Seite zu realisieren. Steno plus Skizze. Ich zeige die gesamte Seite erst einmal, die ich schon vorher hingeschrieben habe. Die geht nur bis hier. Ich hoffe, dass dieses ganz gut funktioniert hat und versuche nun diese Seite zu Ende zu bringen. Habe gerade das Ende erreicht und wir werden gleich weiter sehen. Jetzt zur Aufzeichnung Silbe für Silbe. Dazu klicke ich diesen Pfeil an. Steno plus Skizze. Dies ist ein Versuch beides auf einer Seite zu realisieren. Skizze ist die Skizze. Gleich wird es weiter gehen. Ich hoffe, dass dieses ganz gut funktioniert hat und versuche diese Seite zu Ende zu bringen. Habe das Ende erreicht und wir werden gleich weiter sehen. Hier kommt noch eine Verbesserung. Funktioniert hat. Diese Seite zu Ende zu bringen. Das ohne Druck. Wir werden gleich weiter sehen. Der Vorstand hier kommt das Ende und wir werden gleich weiter sehen. Wir werden gleich weiter sehen. Gleich nehmen wir la Priorität hier.